So, zuhören, als nächstes bauen bei uns alle Burgen von 13 bis 17, alle Burgen gesagt, alle Decken, das ganze Zeitung, das ist unsere Zukunft. Die Riste dabei. Das bringt euch zum Essen. Aber wieder darfst du ja auch nicht, oder? Ja, doch. So, woher schau es, dass du schon was probierst. So, sind wir soweit. Dann starten wir. Oh, das ist interessant. Und zwar unverzüglich. Und zwar nicht, aber noch nicht. Das sind die 35.000. Los geht's! Voll lecker, ne? Röderhorn. Da war es Röder. Alle anderen Köpfe bekommen vor. Da wurde es auch schein gehockt. Ja, jedenfalls. Da war die Wander-Schuh-Standfahrerin. Der wurde quasi hier auf der Scheibe gezogen, der Bulli. Er hat sogar noch Zeit, dass er sich in die Schuhe nimmt. Er hat es auch. 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 Das war's für heute.